In der deutschen 1984er Neue-Welt-Übersetzung lautet dieser Vers folgendermaßen Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war ein Gott. Die Zeugen Jehovas haben also den unbestimmten Artikel »ein« hinzugefügt und dadurch die Bedeutung dessen, was in diesem Vers geschrieben steht, komplett verändert. Durch diesen Zusatz schaffen sie einen zusätzlichen Gott, der neben dem eigentlichen Gott existiert. Wir können die Zeugen Jehovas bezüglich Johannes 1,1 eindringlich fragen, wie viele Götter gibt es hier? Wir bitten Euch um eine klare Antwort. Einer der Tricks, welche die Zeugen Jehovas anwenden, um hierzu keine Antwort geben zu müssen, ist, sofort mit einem neuen Thema zu beginnen. Wir dürfen das jedoch nicht zulassen, sondern müssen sie auf diesen einen Punkt festnageln. Wenn das wesenhafte Wort bei Gott war, dann aber selbst als ein Gott bezeichnet wird, hat man zwei Götter, nämlich den Gott, bei dem sich das Wort befindet, und das Wort, welches selber Gott ist, allerdings lediglich ein Gott. Gemäß der Neuen-Welt-Übersetzung ist das Person seiende Wort folglich ein zweiter Gott, also ein anderer, zusätzlicher Gott, das heißt ein Aushilfsgott. In Jesaja 43,10 heißt es aber, vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Das bedeutet, dass es zu keiner Zeit einen anderen Gott neben Yahweh Elohim gab, gibt oder geben wird.